Wir werden in dieser Klasse sehen, wie man Kopien von Objekten in rechteckigen und kreisförmigen Mustern und entlang eines Pfades erstellt. Öffnen Sie die verfügbare Datei, um zu beginnen. Wir werden damit beginnen, acht rechteckige Kopien der Möbel in diesem Raum zu schaffen, die in zwei Reihen und vier Säulen verteilt sind. Um dies zu tun, aktivieren wir den Befehl rechteckiges Array im Fenster in der Registerkarte Home. Dann wählen wir die zu kopierenden Objekte aus und drücken die Eingabetaste, um zu bestätigen. Sehen Sie, dass die Registerkarte Array-Erstellung angezeigt wird, und darin werden wir konfigurieren, wie der Befehl angewendet wird. In Spalten informieren wir die Anzahl der Spalten, die vier sein wird, und den Abstand zwischen ihnen, der 2.58 sein wird. In Roos informieren wir die Anzahl der Linien, die zwei sein wird, und den Abstand zwischen ihnen, der 2.11 sein wird. Wir beenden die Anwendung des Befehls, indem Sie die Eingabetaste drücken oder auf diese Schaltfläche klicken. Lassen Sie uns acht Kopien des Stuhls um den Besprechungstisch erstellen. Um dies zu tun, aktivieren wir den Befehl Polar Array durch klicken auf den Pfeil neben dem Befehl rechteckiges Array. Wir wählen den Stuhl aus und bestätigen ihn mit einem Enter. Es wird nun eingefordert, einen Basispunkt für die Kopien auszuwählen, der die Mitte der Tabelle sein wird. Sehen Sie, dass die Registerkarte Array-Erstellung wieder angezeigt wird, aber jetzt mit den Einstellungen für das Erstellen von Zirkelkopien. In Items definieren wir die Menge der Kopien. Der Wert des unten stehenden Feldes wird automatisch aktualisiert, da er sich auf den Winkel des Abstands zwischen den Kopien bezieht, der bei 360 Grad positioniert wird. In Zeilen ist es möglich, die Anzahl der konzentrischen Linien, den Abstand zwischen den Linien und sogar einen inkrementellen Wert für verschiedene Ebenen anzugeben. Bereits in Levels steuern wir die Anzahl und den Abstand zwischen den Ebenen. Wir können auch die zu Kopieenden Elemente verknüpfen, den Basispunkt ändern, die zu Kopieenden Elemente drehen oder nicht, und die Richtung der Kopien ändern. Wir beenden die Anwendung des Befehls, indem Sie die Eingabetaste drücken oder auf diesen Befehl klicken. Schließlich werden wir sehen, wie Kopien entlang eines Pfades erstellen mit dem Befehl Pass Array, durch Klicken auf den Pfeil gezeigt zugegriffen. Mit dem aktiven Befehl wählen wir das zu Kopieren der Objekt aus und drücken Enter. Wir wählen den Pfad aus, der die kopierten Objekte empfängt. Jetzt, in der Registerkarte Erstellung im Bereich Items informieren wir den Abstand zwischen den Kopien und drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Erstellung der Kopien zu bestätigen. Und so beendeten wir unsere Klasse, wo wir gelernt haben, Kopien in den rechteckigen und polaren Mustern zu erstellen, und entlang eines Weges. Das ist das, was wir wissen, dass wir nicht reverse. So, wie wir nun nach